Wenn der Lieter-Kult vorbeikommt, könnt ihr auch mal winken. Hallo, ja, winken! Winken, winken! Ich mach dir Zeug, ja, ja? Auch was ihr werdet gefilmt, das ist bei Judo dann, ja? Winken! Nur heute! So! Nein! Wir machen Polonaise! Da hinten auch viel Stolper, die ihr es hier herkommt. Wahnsinnig ab hier! Wahnsinn! Wir machen Polonaise! So, den Vordermann jetzt mal bitte an das Rohrnäppchen anfassen. Am Ohrnäppchen den Vordermann halten, am rechsten. So, jemand am rechsten, Ohrnäppchen. Jetzt das linke Ohrnäppchen zupfen. In den Schluck versteckt, einen Tanzkurz zu sehen. Ist ja der Wahnsinn hier, da hinten laufen die, das ist ja der Hammer. Hi, ich bin begeistert. So, mit der Polonaise auf die Tanzrechte wieder, mit der Polonaise wieder hin und her. Auf der Tanzrechte, sagen wir. Wir machen Polonaise, holen das und machen wir raus. So, in den Enzengang, Lauter! In den Enzengang! Lauter in die Hocke! Ja, ich stärke hier, aber ein Kreuz, so viel. Ihr könnt euch gerade mal so bücken. Sehr schön. Ja, komm, 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 komm. Ja, schwer! Ja, ich verkneet euch das dritte Wallenpolen, so viel! Ich verkneet euch das dritte Wallenpoli.